So, wir waren bei meinen Eltern. Wir haben erstmal nur ein bisschen die Wiedervereinigung gefeiert. Und jetzt sind der Leon und ich aber auch schon wieder unterwegs. Wir sind jetzt in Würzburg wegen einer ganz bestimmten Sache. Wie? Meist du noch gar nicht, ja? Filmen wir gleich. Ich sag's nicht. Das sehen wir gleich. Was passiert hier? Was ist denn da los? Guck mal auf die Kamera. Was für eine Band ist das? Guck mal auf die Dinosaurier-Band. Was wollen wir jetzt hier spielen? Ähm, Heavy Saurus. Guck mal, das ist Heavy Saurus. Heavy Saurus, die Dinosaurier-Band. Vor ein paar Jahren dann, es ist noch gar nicht so lange her, trafen sich ein paar Hexen auf diesem Berg. Da schlug ein gewaltiger Blitz in ihre Mitte ein. Und die vergrabenen Dinosaurier-Eier kamen zum Vorschein. Mit wilden Zaubersprüchen brachten die Ängsten die Eier zu knacken. Und aus ihnen schlupften die Heavy Metal Dinos. Hier sind Heavy Saurus. Hier sind Heavy Saurus. Hier sind aktiv und die Eier zu knacken. Eier Lyoria. .. Hier ist der Kastcheier. Hier ist das zäblich. Hier bin ich, liebe mich. Hier ist das Lied. Hier sind die Eier. Da war ich. Die Eier. Da war ich glaube, hier ist das Lied. Und dann wird es vor! Du hast 20 Stück, sechs und 20 Stück, die Harmonie in deinem Wort. Du hast sie dran neu, den ganzen Tag noch voll, die sind los und runter los. Geh mal ein bisschen mehr, du sagst, guck, es geht doch, bis niemandem was schon passt. Ach, du bist schon leer, du kannst noch was nicht mehr, du bist alle da, du kannst. Das ist die Chemo-Tamm, ein Lase kommt hervor und für unsere Kinder, und das ist die Empower. Ja, kaum ist mir, du hast es raus, lass den Blasen tauschen. Ja, kaum komm mir schmier, ja, und du fliegst davon bis zum Horizont. Und dann bist du plötzlich weg, weg, weg. Ja, wird! Ja, wir müssen bleiben, nur so wie du bist. Oh, Folina, die hübscheste Mama bist du. Oh, ich bin dir, oh, Folina, jetzt hör mir mal zu. Ich soll alle hier lieben sind, du bist die schönste für mich. Was beim Fitness ist, ist gefahren, weil die Rastolp-Bot ist, weil die Rastolp-Bot ist, weil die Rastolp-Bot ist, weil die Rastolp-Bot ist. Und dann ist es für den Wegst du Sport. Helligter Pilsen, keiner kann mehr sitzen, allem an Wützen, wie wir ihnen im Fazer wohnen. Der Mr. Erisaurus tritt mir auf den Fuß, gefällt ihm auf, noch ein Blasen. Der Muffin, der Pucki dreht sich, zieht der Wässer, denn ich bin fliegt durch den Raum, wenn alle überhören. Sie sind durcheinander, jeder kommt den anderen, überall stapeln sich Dinos auf. Alle lachen, sind gut drauf. Die Rastolp-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Die Rastolp-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Happy, Netscher und Spaß, doch wenn die Zukunft wunderschön. Die Rastolp-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Die Rastolp-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot-Bot. Eine Rastolpe-Bot-Bot-Bot-Bot. Und es ist heftig ausgleich Ich steh gerne rum Und hab ihr Bock und Zeit Möchtest du nicht da Ein Fauna Dino sein? Nein Aber Amster spring Ich hab die Bühne raus Und bist du noch noch dabei? Da bin ich super drauf Ich spring Blüht 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 Hier Dino Und sing 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 Mal ein Lied aufgespielt Dieser Text und die Message von dem Song ist das Wichtigste, was wir je geschrieben haben. Denn eins, liebe Kinder und auch liebe Eltern Eins ist völlig klar Wir sind alle gleich. Egal Ob du groß bist oder ob du klein bist Ob du dünn bist oder so wie ich eine Anstellung gemacht hast Ob du schwarz bist Ob du grün bist Ob du weiß bist Ob du ein Händchen hast Ob du aus Deutschland kommst oder aus der Niederlande oder aus der Kanine oder aus der USA Egal Es ist egal wer du bist was du tust Woher bekommst Wir sind alle gleich Und wir halten alle zusammen Ist das richtig, liebe Kinder? Denn wir sind alle Und wir halten alle zusammen Und wir halten alle zusammen Und wir halten alle zusammen Das waren die Welt Und wir halten alle zusammen Wir halten alle zusammen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dankeschön! Vielen Dank! Das war toll mit euch! Vielen Dank! Ich hoffe, der Herr Gunderhaus mit dem dran. Da vorne ist noch ein neunschulandes Stand. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen bei Instagram oder bei Facebook. Egal, wenn ihr wollt oder nicht. Das ist egal. Hauptsache, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ihr wart ein tolles Publikum! Dankeschön! Wir möchten noch eine Sache, eine Sache möchten wir gerne noch mit euch machen. Ich hoffe, das ist okay. Bleibt noch mal kurz stehen. Wir hätten gerne mit euch zusammen ein Foto. Ist das eine Ordnung? Können wir ein Foto zusammen machen? Okay. Jilly ist schon da. Hoppy ist auch da. Wir gehen in die Kehl. Und auf drei macht ihr richtig Alarm. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei! Danke schön! Danke schön! Ganz gut, tschüss! Applaus